Dann nochmal willkommen von Nancy Tetris. Mein Name ist John Witulski. Ich habe hier an der Uni Informatik studiert, 2010 meinen Master gemacht und war lange Doktorand am Lehrstuhl für Softwaretechnik. Und wir haben hier diese Vorlesung 2012 ins Leben gerufen, die auf einem Buch basiert von zwei israelischen Professoren, Noam Nisan und Shimon Shoken, die dieses ganze Folienmaterial unter der Creative Commons Lizenz zur Verfügung stellen. Und wir waren damals sehr begeistert von diesem Kurs und hatten uns deshalb auch entschlossen, das zu machen. Denn dieser Kurs hier bietet eine Reise durch die Informatik und lehrt einem im Großen und Ganzen, wie ein Computer funktioniert. Wir fangen bei den elementarsten Grundschaltungen an, bei NAND-Gattern, also fast über der Transistorebene, bauen uns dann Schritt für Schritt elementare Rechenschaltungen, logische Schaltungen, arithmetische Schaltungen, verstehen, wie funktioniert eigentlich das Rechnen in einem Computer, wie funktioniert ein Prozessor und all das bauen wir in einem Projekt. Wir schreiben dann später für eine Maschinensprache, die wir selbst entwickelt haben, ein Assembler, ein Compiler, eine Virtual Machine, eine Hochsprache und ein kleines Minibetriebssystem. Wir machen das in zwölf Schritten, wobei ich das hier ein bisschen komprimieren werde. und es ist schon beachtlich, dass man quasi all das nachvollziehen kann in insgesamt zehn Vorlesungseinheiten. Und ganz am Ende hat man all diese Schritte nachvollzogen und hat nur mit diesen NAND-Gattern, mit diesen elementaren Schaltungen angefangen und hat dann verstanden, wie ein Computer funktioniert, auf dem zum Beispiel Tetris läuft. Die Vorlesung habe ich damals 2012 mit zwei anderen Doktoranden angefangen und seitdem halte ich die alleine. Und ich denke, das ist eine sehr spannende Reise. Es freut mich, dass hier so viele da sind. Ich glaube, so viele Teilnehmer hatten wir noch nie. Und dann würde ich anfangen. Ich möchte noch ein bisschen was zur Vorlesung allgemein sagen, bevor ich mit dem Stoff anfange. Namen und Personen habe ich gesagt. Wie gesagt, dieser Kurs basiert auf einem Buch. Und was wir im Großen und Ganzen machen, in der Vorlesung ist hier so eine Buchbesprechung. Also das Buch hat halt zwölf Kapitel. Heute besprechen wir zwei, beim nächsten Mal nochmal zwei und dann immer nur eins. Sie finden das in der ULB. Große Teile des Buchs sind auch von den Autoren als PDF online gestellt. Also wenn Sie kein Papier mögen und das lieber auf dem E-Book-Reader oder auf dem PC lesen wollen, gibt es das auch digital. Aber wir haben auch eine große Menge an Exemplaren, fast einen ganzen Schrank voll in der Lehrbuchsammlung. Da können Sie sich das Buch ausleihen. Wie funktioniert dieser Kurs? Dieser Kurs funktioniert so, dass Sie hier ein Projekt entwickeln. Und zwar werden Sie nicht direkt mit Hardware bauen. Das machen wir heute in einer extra Übung. Dazu sage ich vielleicht gleich nochmal was. Sondern, dass große Teile der Hardware, die Sie hier entwickeln in Simulaturen, in Software emuliert werden. Aber Sie werden jeden einzelnen Schritt bis zum Prozessor nachvollziehen. Und alles, was Sie an Vorwissen brauchen, ist im Grunde Programmierkenntnisse. Formal brauchen Sie das, was früher mal Informatik 1 und 2 hieß. Also Grundlagen der Softwareentwicklung und Rechnerarchitektur heißt das. Wenn Sie jetzt im vierten Semester sind, wenn Sie im höheren Semester sind, kennen Sie das wahrscheinlich noch als Info 1 und 2. Aber rein fachlich, um hier mitzukommen und etwas zu verstehen, fängt man wirklich bei dem Lerngatter an und braucht nur noch die Programmierfähigkeiten. Und dann hat man diese ganzen Schritte nachvollzogen. Jede Woche wird es eine Hausaufgabe geben, wo man zum Beispiel ein Addier-Chip entwickeln muss oder einen kleinen Assembler schreiben muss oder ein Programm in der Hochsprache schreiben muss. Und in diesem Projekt lernt man dann im Grunde, wie ein Computer funktioniert. Und es ist ganz wichtig, dass Sie dieses Projekt machen, denn wenn Sie das nicht machen, erstens lassen wir Sie dann nicht zur Klausur zu, aber dann lernen Sie hier auch nichts. Also machen Sie das bitte selber, machen Sie das in Einzelarbeit und versuchen Sie das wirklich nachzuvollziehen, denn dann nehmen Sie unglaublich viel mit. Der Vorteil, den dieser Kurs hier hat, gegenüber anderen Kursen, er ist so ein sehr allgemeiner Kurs, der alle möglichen Gebiete ein bisschen berührt. Und anders als andere Vorlesungen, die sich sehr spezialisiert auf ein Thema konzentrieren, weiß ich nicht, Rechner, Nutze, Betriebssysteme, was auch immer, bekommt man hier einen gesamten Überblick. Keine dieser Schritte ist besonders schwierig. Jede Vorlesung besteht aus einfachen Sachen, die Sie wahrscheinlich viele von Ihnen schon mal gehört haben, aber dieses gesamte Bild, das hat man oft in vielen anderen Kursen nicht. Dann zum Überblick. Es wird so sein, dass Sie diese Projekte machen müssen, die finden Sie auf einer Webseite, das zeige ich Ihnen gleich. Und Sie müssen die Projekte abgeben an Herrn Thelen, der mich unterstützt bei dieser Vorlesung. Ja, jetzt hat er einmal gewinkt. Und geben das ab an eine E-Mail-Adresse, alexander.thelen.hau.de, die Sie hier sehen. Und das erste Projekt müsste dann bis 7. Mai abgegeben werden. Wie gesagt, die Projekte und die Hausaufgaben, das zeige ich Ihnen gleich noch auf der Webseite. Das ist nantotetris.org. Das habe ich noch nicht angeschrieben, das mache ich gleich. Und der Bewertungsmodus wäre bei mir schon, ein paar Leute sehe ich, die hatten bei mir die Vorlesung Compilerbau gehört, letztes Semester. Wir machen denselben Modus wie damals im Compilerbau, vor ein paar Monaten. Wenn man das Projekt bearbeitet hat, aber nicht alles richtig ist, aber man hat gezeigt, man hat Zeit investiert und sich damit beschäftigt, dann ist das okay. Das heißt, es kommt wirklich nur ein okay oder nicht okay zurück. Das heißt, wenn jetzt jemand eine leere Datei abgibt oder in dieser Hardware-Beschreibungssprache quasi nichts gemacht hat, dann ist das natürlich nicht in Ordnung. Aber alles, was irgendwie als bearbeitet gilt, ist in Ordnung. Es geht uns nur darum, dass Sie sich mit dem Projekt wirklich beschäftigen. Viel nehmen Sie natürlich nur mit, wenn Sie es vollständig lösen. Aber wir sind da sehr locker, was diese Bewertung angeht. Was nicht geht, sind Plagiate und Abschreiben. Da behalten wir uns vor, Leute auszuschließen. Das wird dann jede Woche abgegeben und ganz am Ende gibt es dann eine Klausur. Ich werde die an den 24. Juli in die letzte Vorlesung hier reinsetzen. Wenn es bei dieser Teilnehmerzahl bleibt, schreiben wir wahrscheinlich in zwei Hörsälen und nicht nur hier. Das müssen wir dann sehen. In die E-Mail, was dann da reinkommt, das sind entweder Ihre Programme oder Ihre Hardware-Beschreibungen in einem Anhang. Und da schreiben Sie bitte als Betreff Nenntü Tetris und dann Projekt und die entsprechende Nummer, also Projekt 1, Projekt 2. Weil potenziell gibt es hier 70 Teilnehmer und das ist dann vielleicht ein bisschen viel, da den Überblick zu behalten, wenn da nicht ein klares Betreff ist. Und dann schreiben Sie doch Ihren Namen und Ihre Matriken-Nummer in die E-Mail rein. So viel zur Zulassung. Am Ende gibt es, wie gesagt, eine schriftliche Klausur. Und das habe ich gesagt. Und dann findet heute auch schon die erste Übung statt. Da wir noch nicht so viel Stoff haben, wird das heute eine praktische Übung sein. Dazu erzähle ich später mehr. Wir haben hier so ein paar integrierte Schaltkreise und so einen Baukasten. Werden sich wahrscheinlich einige einteilen müssen, so viel haben wir nicht. Da sind so Nand-Gatter drauf und dann kann man mal ein paar elementare Schaltungen, die wir heute kennenlernen, auch zusammensetzen und mal sehen, wie das praktisch funktioniert. Dann, wenn irgendwelche Fragen auftreten zur Vorlesung oder zum Modus, Prüfungszulassung, was auch immer, dann kann man mir gerne ein E-Mail schicken. Das ist john.wetulski.hau.de Ich beantworte E-Mails zu normalen Bürozeiten. Ich sage das immer in der Vorlesung dazu, weil die Vorlesung immer montags war und dann war logischerweise bis Sonntag die Abgabe, also man konnte auch immer früher abgeben, der Hausaufgaben. Dann haben sich teilweise Leute privat auf Facebook oder sonst wo aus der Vorlesung angeschrieben und gesagt, ja, ich habe hier ein Problem, hilf mir mal eben. Und das geht natürlich nicht. Deshalb, man kann mir immer eine E-Mail schicken, aber es kann halt sein, dass ich dann halt erst am Montag antworte. Und ich antworte in der Regel auch schnell. Ich antworte manchmal auch am Wochenende, aber dafür gibt es halt keine Garantien. Nur darum geht es mir. So, ich glaube, ich habe zu den Formalitäten alles gesagt. Es gibt hierfür fünf Credit Points. Das entspricht 150 Stunden Arbeit und die Hauptarbeit liegt im Projekt. Die Vorlesung ist wahrscheinlich, ja, also ich will sie jetzt nicht demotivieren, aber wahrscheinlich der unwichtigste Teil dieser Veranstaltung. Wir besprechen, wie gesagt, das Buch. Also Sie können alternativ auch immer das Buch lesen und ich empfehle auch als Vorbereitung immer das entsprechende Kapitel vor der Vorlesung zu lesen. Aber das Wichtigste ist, wie gesagt, das Projekt. Also wirklich den Computer zu bauen, den Software-Stack aufzubauen, mal selber einen Compiler schreiben, mal selber einen Assembler schreiben. Das ist das Wichtige, wo Sie wirklich hier was lernen. So, jetzt Fragen zur Vorlesung, zum Ablauf. Die Folien sind auf NAND2Tetris.org. Jetzt habe ich das schon zweimal gesagt, jetzt schreibe ich es auch an. Ich zeige die Webseite gleich auch noch. Also NAND2T2.org. Das ist, wie gesagt, von diesem Herrn Nissan und dem Herrn Schurken zur Verfügung gestellt und da findet man auch das Projekt und die Software, mit der man die Hardware emulieren kann. Weitere Fragen zur Vorlesung, zum Ablauf? Also die Termine werden wir beide mit Übungsgruppen belegen. Der Seminarraum ist klein. Eine werde ich leiten. Das wird heute 12.30 Uhr sein. Im Raum 25.12.02.55. Das ist der Seminarraum von der Softwaretechnik. Und die andere um 14.30 Uhr wird der Herr Thielen leiten. Heute machen wir nur Hardware. Also man darf es ja immer nie dazu sagen, aber das wäre nicht klausurrelevant. Aber ich glaube, das ist eine einmalige Chance, mal so mit NAND-Karton was zusammenzubauen. Also ich würde empfehlen, zu kommen. Und hoffentlich verteilt sich das auch so ein bisschen auf die Übung, dass nicht eine super voll und eine sehr leer ist. Und das zu den Terminen, da findet die zweite Übung statt. Und das, was als praktische Übung läuft, das hat was mit der Anrechnung von diesen Credit Points oder Leistungspunkten zu tun. Und das ist einfach dieses Projekt, was man zu Hause macht. Das ist auch vom Arbeitsaufwand das meiste. Die Vorlesung ist sehr seicht, meiner Meinung nach, und sehr einfach nachzuvollziehen. Also nicht so arbeitsintensiv. Wird man die Vorlesung zu Hause verfolgen können? Ach, ich habe noch nichts zur Aufzeichnung gesagt. Also einige haben es mitgekriegt. Ja, es wird aufgezeichnet und mit viel Glück ist das immer am nächsten Tag online. Also ich freue mich natürlich, wenn es hier voll ist und ich nicht vor drei Leuten rede, aber wenn jemand meint, dass er das von zu Hause sehen möchte, dann kann er das gerne tun. Mit etwas Glück am nächsten Tag, kann aber auch länger dauern. Das würde ich dann noch sagen, wo das zur Verfügung gestellt wird. Mediathek.hu.de Ich sage es nochmal, damit man es auf dem Video hört. Mediathek.hu.de Dann hat man es... Ah, sehr sinnvoll. Okay, bitte. Aber mit der Antwort gibt es keinen Grund, zu beiden Übungen zu erscheinen. Nein, nein. Man muss nur zu einer Übung gehen. Es gibt weder Anwesenheitspflicht in der Vorlesung noch in der Übung. Man kann auch zu gar nichts gehen. Aber wie gesagt, das Projekt ist sehr wichtig und ich glaube gerade, wenn man das Projekt, wenn man da Probleme hat und was nicht auf die Reihe bekommen hat, ist die Übung sehr sinnvoll, weil ja dann die richtige Lösung besprochen wird. Ja, ich habe mich jetzt entschieden, nicht eine große Aufteilung zu machen. Ich hoffe, das löst sich irgendwie spontan, durch so eine spontane Ordnung, dass die Übungen gleich voll sind. Ansonsten, wenn es gar nicht geht, muss ich dann irgendwie eingreifen. Also kommen Sie bitte zur Übung. So. Nichts mehr hierzu. Dann würde ich mal anfangen. Also das hier ist die Einführung. Das sind die Einführungsslides. Alles ist auf Englisch. Diese Slides, also das sind so 26 Folien, die so ein bisschen Überblick über die Vorlesung geben. Und es geht jetzt nicht darum, dass man alles, was man auf diesen Folien sieht, ins Detail versteht. Teilweise ist da gleich oben noch ein roter Kasten. Sie müssen jetzt nicht alles verstehen. Sondern es geht darum, einen Überblick zu bekommen, was hier in dieser Vorlesung passiert, damit Sie für sich einen Eindruck bekommen, ist das was für mich. Also es ist sehr abstrakt, wenn ich sage, Sie lernen hier, wie ein Computer funktioniert. Aber wenn ich jetzt ein paar Slides zeige, bekommt man, glaube ich, einen besseren Eindruck, ob diese Vorlesung für Sie interessant ist oder auch nicht. Und nur darum geht es jetzt. Also, da ist der Mauszeiger. Also worum es hier geht, ist natürlich zu verstehen, wie funktioniert eigentlich so eine Hardware? Also wie funktioniert das hier, was wir hier sehen? Wie funktioniert das Software-System? Was macht das? Und wie greifen eigentlich die einzelnen Komponenten ineinander? Und was machen wir in der Informatik? Wir machen das immer so, dass wir ein sehr komplexes Problem, nämlich ich baue einen Computer, wo Tetris draufläuft, aufteilen in einzelne Teilschritte, so, dass wir das gesamte Problem dann lösen können. Denn jeder Teilschritt für sich alleine wird sehr einfach sein. Und was natürlich auch wichtig ist, have fun. Ich glaube, das ist eine sehr interessante Vorlesung. Deshalb haben wir das gemacht, die übernommen, von diesen zwei israelischen Professoren. Also ich persönlich fand es immer sehr interessant. Und wie funktioniert das? Also man baut halt so einen General Purpose Computer, das wird so eine 16-Bit-Maschine sein, in einzelnen Projekten. Man simuliert die Hardware in so einer Hardware-Beschreibungssprache. Das sehen wir dann nachher, wie das aussieht. Und man wird auch dazu eingeladen, wenn das Projekt gelöst ist, auch so ein bisschen damit rumzuspielen. So, was passiert eigentlich jetzt, wenn ich die Leitung anders lege oder wenn ich in meinem Compiler dies oder jedes andere anders mache. Denn dann lernt man sehr viel dabei. Achso, generell, wenn ich hier davon renne mit der Geschwindigkeit, dann muss man mich stoppen und man kann auch Fragen stellen. Ich mache immer mal ab und zu Pause, so dass man Zwischenfragen stellen kann. Dann, es gibt zwölf Projekte. Das ist bei uns nicht so, dass man das in Paaren abgehen kann. Also es wird Einzelabgaben geben, weil das ein großer Beitrag zu diesen fünf Credit Points ist, die man bekommt. Es gibt zwar am Ende auch eine Klausur, aber wichtig ist, dass man das Projekt gemacht hat. Man muss halt diese zwölf Projekte machen. Und diese Hardware-Projekte, die ersten fünf der zwölf Schritte, also genau genommen nur die ersten vier, werden in so einer Hardware-Beschreibungssprache wieder geschrieben und laufen dann in einem Simulator. Da gibt man dann an, wie die entsprechenden Schaltungen und die Eingänge verdrahtet sein müssten und dann läuft das und dann sieht man, ob man die richtige Lösung hat oder nicht. Dann, die anderen Projekte werden so laufen, dass man Software schreibt. Das übernehmen wir auch, was hier auf den Folien steht als dritter Bullet Point. Wir lassen die Programmiersprache frei. Also wir raten auch, dass man Java nimmt und nicht was komplett Verrücktes. aber wir hatten auch schon Leute, die sehr kuriose Sachen genommen hatten. Also ich hatte mal einen Assembler, der war in SQL geschrieben. Es gab Leute, die haben alles in Prolog gemacht. Haskell gab es und dann Sachen, die vielleicht nicht so, also die nicht verrückt sind, aber ungewöhnlich sind, wie Kotlin oder so etwas oder Swift gab es Leute, die das in Swift geschrieben hatten. Das können Sie gerne machen. Sprechen Sie das einfach mit uns ab und dann können Sie das gerne, die Hausaufgaben in Ihre Lieblingsprogrammiersprache lösen. Also Sie können auch einfach Java nehmen. Das ist natürlich auch in Ordnung. Und wie funktionieren diese Projekte? Also man bekommt im Großen und Ganzen so eine API vorgegeben, also eine Aufgabenstellung. Dieser Chip soll addieren, dieser Chip soll jenes oder was auch immer machen, and, or, irgendetwas berechnen. Und dann bekommt man Tests dazu und dann gibt man halt im Hardware-Fall seine HDL, seine Hardware-Beschreibungssprache, seine Lösung an und dann bekommt man ein Feedback, ob das richtig ist. Und das ist auch das, was man dann per E-Mail abgeben würde an Herrn Thelen. Und die Implementierung, die Umsetzung, das ist halt dann Ihre Aufgabe. Was zur Verfügung gestellt wird, sind Tools, also halt die Simulatoren und die Testskripte, die finden Sie alle auf dieser Webseite in nemtothetrics.org. Dann, wie gesagt, sehr wichtig, das Buch. Also das Wichtigste ist das Projekt, aber alles, was ich Ihnen hier erzähle, finden Sie auch in diesem Buch und natürlich dann auch online das Video. Ja, dann Fragen und Antworten. Also wir können Fragen gerne hier in der Vorlesung klären, wenn das gerade zu den Slides passt und das von allgemeinem Interesse ist. Sie können mir in Ihrem E-Mail schreiben, Sie können Übungen fragen. Also wenn das unklar ist, fragen Sie einfach und ganz am Ende gibt es halt eine Note. Hierzu was? Gut. Ja, was diese Folien jetzt machen, die geben einen Überblick, wie gesagt, über das gesamte Projekt und jetzt benutzen wir so einen Top-Down-Ansatz. Das heißt, wir fangen an bei dem, was wir ganz am Ende haben wollen. Wir fangen bei der obersten Ebene an, beim zwölften Schritt und gehen dann in die Tiefe und was dann in der Vorlesung kommt, ist als nächstes, dass wir also einen Bottom-Up-Ansatz wählen und dann halt ganz unten bei der Hardware anfangen und uns die Schritt für Schritt aufbauen. Also das, was wir haben wollen, ist ein Computer, wo man beliebige Software ausführen kann. Also wir wollen sowas wie Tetris haben, wir wollen meinetwegen aber auch, es müssen nicht Spiele sein, kann auch eine Textverarbeitung sein oder was auch immer. Im sechsten Projekt werden Sie dann eine Software schreiben und das ist immer frei und fast alle schreiben hier eigentlich Spiele. Das ist so die Erfahrung der letzten fünf Jahre. Ich glaube, ich hatte noch nie jemanden, der irgendwie was anderes machen wollte. Hier zum Beispiel Pong, das ist ja unter Informatik glaube ich ganz bekannt, das ist so, von der Idee her soll es so Tennis spielen gegen eine Wand sein. Also der längliche Strich wäre quasi der Schläger und dieses Quadrat ist quasi der Ball, der fliegt gegen die Wand und kommt zurück und sowas wollen wir halt nachher haben. Wir wollen einen Computer gebaut haben, den wir komplett verstanden haben von der untersten Ebene an und wo sowas drauf läuft. Und das ist so ein Gesamtüberblick über die gesamte Vorlesung. Was ganz oben steht, ist halt der menschliche Gedanke, sowas wie ich will Tetris haben, ich will Pong haben, ich will Pac-Man haben, was auch immer und dann gehen wir immer weiter in die Tiefe, bis wir unten bei der Physik angekommen sind. Im neunten und zwölften Kapitel werden wir uns mit einer Hochsprache und einem Betriebssystem beschäftigen. Das heißt, wir entwickeln eine Sprache, die Java-artig sein wird, die wird ähnlich Java sein und ein Mini-Betriebssystem schreiben wir dazu und in diesem Formalismus und zusammen mit dem Betriebssystem können wir dann, was wir uns ausgedacht haben, umsetzen. Wir können das programmieren. Der nächste Schritt wäre ein Compiler, der das, was in dieser Hochsprache geschrieben wird, in einen Bytecode übersetzt, sogenannten Bytecode für eine Virtual Machine. Das ist sehr nah angelehnt an das, was wir bei Java haben. Dann untypisch, normalerweise sind Virtual Machines nicht Übersetzer, sondern Interpreter. Wir werden hier so einen Übersetzer bauen, der diesen Code von dieser Virtual Machine in eine Assembler-Sprache übersetzt und theoretisch müsste jeder hier Info 2 und das entsprechende Praktikum gemacht haben, also zumindest Assembler sollte man schon gehört haben. Wenn nicht, besprechen wir das dann halt im sechsten Kapitel. Und diese Assembler-Sprache kann man dann leicht in Maschinensprache übersetzen, das sind dann Nullen und Einsen. Und diese Nullen und Einsen laufen auf einer Hardware, da gibt es eine CPU, da gibt es einen Speicher und das kann einfach direkt ausgeführt werden aus so einem Instruction Memory und diese Hardware besteht dann aus elementaren, logischen Gates, aus einfachen Schaltungen, die zum Beispiel und, oder oder die Addition von zwei Zahlen oder was auch immer berechnen können, also sehr simple Schaltungen, daraus ist diese Hardware aufgebaut. Und ganz am Ende ist diese Elektrotechnik, Physikebene, damit beschäftigen wir uns nicht. Das ist die Ebene, gegen die wir implementieren, denn irgendwann müssen wir die Grenze ziehen das heißt, wir befassen uns jetzt nicht im Detail, wie Transistoreffekte funktionieren oder mit Elektromagnetismus, das machen wir alles nicht, sondern wir fangen bei diesen NAND-Gattern an und gehen davon aus, ja, die werden schon so funktionieren, wie wir uns das vorstellen. Das ist der Gesamtüberblick, jeder Schritt ist ungefähr ein Kapitel, das steht hier so ein bisschen dran und heute machen wir die ersten zwei. Gut, da mache ich weiter und jetzt gehen die Übersichtsfolien einmal top-down runter. Also was hier eben der menschliche Gedanke war, die Abstraktion, ist, wir haben halt eine Idee, sowas, wir wollen Pong und dann haben wir eine Vorstellung, ah, das ist der Schläger und das ist der Ball und wir stellen uns das so vor und dann wollen wir halt einen Formalismus, um das zu beschreiben, damit das auf dem Computer läuft und der Formalismus ist eine Programmiersprache. Also der rote Pfeil gibt hier dann immer an, wo wir gerade sind, ein Geiste. Und wie gesagt, ich sage es nochmal, man muss jetzt nicht alles im Detail verstehen, es geht darum, eine Übersicht, was ihr in dieser Vorlesung erwartet. Das hier ist diese Programmiersprache, die wir implementieren, die sieht eigentlich auf den ersten Blick fast genauso aus wie Java, also so eine klassenbasierte, objektorientierte Programmiersprache, wir haben Methoden, die man aufrufen kann, wir haben Datentypen wie Boolean, wir haben Objekte, die wir selbst definieren können, also zum Beispiel hier Bad und die Methoden ändern einen Zustand, also wir haben Methodenaufrufe, If-then-Else, Return, also alles, was man so kennt, wenn man jetzt hier in Info 1 Java gelernt hat. Und dann würden wir in dieser Programmiersprache das beschreiben, was wir hier sehen, was wir uns da vorstellen. Ich glaube, sowas kann jeder hier vermutlich schreiben, ansonsten besprechen wir das noch im Detail. Ja, und dann gibt es das, Entschuldigung, ich gehe einen zurück, das hier, was hier eben so gelb eingereiht war, es gibt so ein paar Sachen, die bekommt man bei der Programmiersprache mit, bei Java ist es die umfangreiche Klassenbibliothek, aber auch die geht irgendwann gegen ein Betriebssystem. Hier hat man jetzt als Beispiel genommen, man greift irgendwie auf den Bildspeicher zu und kann so ein Rechteck zeichnen und das ist halt dann an einem Punkt, das macht man halt nicht mehr in dieser Programmiersprache, sondern das ist eine Methode, die ruft man einfach auf und die macht das dann und das ist dann das, was wir hier Betriebssystem nennen, das ist eine Mischung aus Betriebssystem und Klassenbibliothek, die zum Beispiel ein Rechteck zeichnen würde und hat dann wieder eine Methode DrawPixel, die dann entsprechend aufgerufen wird. Ja. Achso, ja, ich gehe es so lieber hier rum, aber herzlichen Dank für den Hinweis. Okay, weiter. Jetzt nähern wir uns der Hardware, also sowas wie Mäusen. Als erstes kommt hier der Compiler, auch das hier, es erschlägt einen vielleicht als Grafik, so wenn man sich noch nicht damit beschäftigt hat, wie gesagt, es geht um den Überblick. Was halt ein Compiler tun soll, ist die Übersetzung von einer modernen Programmiersprache, die Programmiersprache, die wir schreiben wird Jack heißen, da oben ganz fett gedruckt, und übernimmt einen Übersetzungsvorgang von dieser Programmiersprache, die wir als Menschen noch gut verstehen können, in eine Darstellung, in Bytecode, in diese WM-Ebene, die wir als Menschen schon nicht mehr so gut verstehen können und die schon sehr ungeeignet ist, um darin Computerprogramme zu schreiben. Aber wir müssen ja ganz am Ende etwas produzieren mit diesem Software-Stack, was eine Reihe von Nullen und Einsen ist, die die Hardware direkt ausführen kann. Und der Compiler ist der erste Schritt dahin. Es gibt auch natürlich Compiler, die das direkt generieren, aber was wir machen, ist diesen Zwischenschritt dieser WM-Ebene einführen, weil das auch für uns das Verständnis ein bisschen einfacher macht, nachzuvollziehen, wie das genau funktioniert. und man kann halt dann ganz, könnte ganz viele andere Sprachen auf diese WM-Ebene kompilieren, also auch nicht nur die, die wir hier entwickeln, also kompilieren wäre dieser Übersetzungsvorgang und diese WM-Ebene kann dann wieder übersetzt werden auf andere Plattformen, also zum Beispiel auf so eine CISC-Maschine, das wäre so etwas wie der Laptop oder auf eine RISC-Maschine, das wäre zum Beispiel so ein Tablet oder ein Smartphone oder was ganz anderes oder halt auf den Computer, den wir hier entwickeln. Das wäre so dieser Kompilationsschritt und wie gesagt, hier geht es um eine Übersicht. Und die Kompilation, also den Compiler, den Sie dann schreiben, das sind dann auch zwei Projekte, den Compiler, also Sie werden den Anfang des Compilers, das Frontend schreiben mit einem Projekt und das Ende des Compilers, was man hier auf der rechten Seite sieht, also wo zum Beispiel Code-Generierung steht, das ist das Backend, das wird ein weiteres Projekt sein, das erschreckt sich also dann über zwei Wochen und der Compiler würde einfach einen Quellcode nehmen, also irgendwie sowas, x plus die Breite soll größer irgendwas sein, das könnte eine Kollisionsabfrage in unserem Spiel sein und wird das übersetzen in eine Baumdarstellung, warum werden wir dann sehen, in einen sogenannten Path-Tree, in einer Syntax-Analyse geschieht das und in einer semantischen Analyse, in einer Synthesephase findet dann Code-Generierung statt und dann wird dann dieser Byte-Code generiert, den man hier auf der rechten Seite sieht und das war schon mal vermutlich für viele hier das erste Neue, was man hier so sieht, also hat wahrscheinlich noch nicht jeder Byte-Code gesehen, wie man sich den vorzustellen hat, sprechen wir dann, ich glaube, im siebten Projekt und im achten darüber. Und dieser ganze Ansatz hat dann verschiedene Ziele, Modularität, Abstraktion, da würde ich dann im Detail darauf eingehen, wenn wir soweit sind, auch um jetzt nicht zu überfordern. Dann sieht man hier diese WM-Ebene darunter, da sieht man hier diese merkwürdigen Instruktionen mit Push-X, Add und so weiter. Das ist Programm-Code, der arbeitete auf einem Stapelspeicher, auf einem Stack und unsere Stapel wachsen jetzt quasi nach unten. Hier ist immer so ein Pfeil an diesen verschiedenen Stapeln dran, SP, Stack Pointer, das auf das oberste leere Element zeigt. Und auch hier, wie gesagt, es geht nur um eine Übersicht, diese High-Level-Instruktion, die wir hier oben sehen mit IF und LET ist ein Keyword, was es speziell in Jack geben wird, wird übersetzt in diese Instruktionen hier. Vielleicht für den einen oder anderen sieht das schon Assembler-artig aus, es ist aber Byte-Code und hier sieht man in den Kommentaren für die einzelnen Statements, für die Instruktionen S1 bis S11, welchen Effekt die auf einen Stapelspeicher hätten. Wenn man hier in grau unterlegt, die zwei Variablen der Breite und X sieht, die haben halt einmal den Wert 450 und einmal 75 und dann hätte man zum Beispiel nach der zweiten Instruktion mit diesen Push-Instruktionen auf dem Stapel diese beiden Werte liegen und nachdem dann eine Addition ausgeführt würde, würde dort dann im vierten Schritt 525 stehen, man würde dann mit Push 11 einen weiteren Wert drauflegen, dann würde man einen Vergleich der Werte machen, also dieses GT prüft, welcher Wert der größere ist und würde dann eine 0 oder eine 1 auf den Stack legen, 0 für falsch, 1 für wahr beziehungsweise für true oder false und dann geht das dann so weiter und dann gibt es auch noch Programmflos mit GoTo-Instruktionen, wo man zu Sprungmarken springen kann. All das schauen wir uns später an. Dann sind wir hier und dann wollen wir langsam Assembler und auch Maschinensprache generieren, das heißt, wir wollen aus solchen Instruktionen, die wir gerade gesehen haben, Instruktionen generieren, die jetzt nicht mehr auf einem abstrakten Stack arbeiten, sondern schon konkret Instruktionen an einem Prozessor sind und auf Register-Ebene arbeiten. Register sind kleine Computerspeichereinheiten, wo wir Zahlen oder beliebige andere Werte drin speichern können und auf die genaue Syntax und Semantik dieser Assembler-Sprache gehe ich jetzt nicht ein, das wäre, glaube ich, für die Übersicht zu viel. Das sind halt Zuweisungen an so Register und verschiedene Adressen und das wollen wir generieren und das würde zum Beispiel nur diesem Push 511 würde dieser Instruktionssatz entsprechen und das würde dieser WM-Translator machen. Und was dann der Assembler macht, der nimmt diese symbolische Darstellung dieser Maschineninstruktion und generiert so eine Binärdarstellung. Der erzeugt also Nullen und Einsen und das ist dann etwas, was als Spannung oder halt keine Spannung an den Prozessor angelegt wird und der Prozessor führt dann die Berechnung durch. Das wäre so das vierte Projekt mit den Nullen und Einsen und dann das, was wir in zwei Wochen machen werden, in einer Woche fällt aus, weil wir den 1. Mai haben, einen Feiertag, also das machen wir dann in zwei Wochen, das ist dann die Überlegung, hier ist jetzt auch schon der rote Kasten, bitte alle Details ignorieren, es geht nur in den Überblick, dann würden wir uns überlegen, wie legen wir jetzt diese Instruktion an den Prozessor an, an eine arithmetisch-logische Einheit, an die Berechnung von Sprüngen, wie legen wir das an, so dass der Prozessor genau das berechnet, was wir gerne hätten, wie muss das mit dem Speicher verdrahtet sein, wie mit den Registern, das sind die Gedanken, die wir uns dann in zwei Wochen machen würden und hier ist dann schon so ein bisschen so ein Ausblick, wie diese Instruktionen kodiert sind, dann ein bisschen Memory Destination, wo wir sagen, ja wo soll das Ergebnis denn abgespeichert werden, dieser Jump-Code, der sagt, findet ein Sprung statt und wenn ja, was für einer, das ist das, was wir in zwei Wochen machen und da werden wir uns auch Gedanken machen über die genaue Hardware, wie das alles verdrahtet werden muss, also dieses A und dieses D, das sind zwei Register, ALU ist eine Recheneinheit, die halt logische Operation und so was wie Addition kann und dann gibt es Instruction Memory, wo die Instruktionen stehen und Datenspeicher, wie muss man das eigentlich verdrahten, so dass das alles funktioniert und wir bauen so eine von Neumann Architektur, also einen Speicherrechner, wo wir Instruktionsspeicher und Datenspeicher haben und das Ganze halt einen Zustand haben kann, der die Berechnung auch beeinflussen kann. Gut und dann kommen wir zur GateLogic, das ist das, was ich heute vorhabe und wir haben noch so eine Stunde, das schaffen wir auch. Das ist halt einfache Kombinatorische Logik, dass wir einfache Schaltungen nehmen, so einen Halbaddierer, das werden wir dann sehen, was das ist, zusammen verdrahten, um dann so eine ALU zu bauen, das wird das zweite Projekt sein. Und sequentielle Logik, das machen wir auch erst in zwei Wochen, das sind halt zeitabhängige Schaltungen, also zum Beispiel so ein Register oder so ein RAM und es hängt halt von dem aktuellen Zustand dieses RAMs oder so einem Register an, was jetzt für einen Wert darin gespeichert wird. Und wir nehmen diese einfachen Schaltungen und bauen daraus den Computer. und das was man hier sehen wird, also einmal als Zeichnung und einmal hier als Tabelle, das sind halt diese elementaren Schaltungen, also man sieht hier irgendwie AND, NOT, OR, XOR, also das ist eine Unverklüpfung, eine Negation, eine OR, XOR kennt vermutlich auch jeder Informatiker, das ist ein exklusives OR und dann sieht man hier so eine Wahrheitstabelle, die dieses Gatter beschreibt. Die Idee ist so, man hat hier zwei Eingänge A und B und je nachdem, was für Signale an diesen Eingängen anliegen, wird das entsprechende Ausgangssignal bestimmt. Und wir sehen hier Nullen und Einsen, das ist natürlich eine Abstraktion, wir wissen, dass da Spannungen sind und Spannungsflanken, aber auf dieser Ebene können wir da einsteigen, also wir müssen jetzt nicht noch tiefer in die Elektrotechnik reingehen und die Idee ist, eine Null entspricht bei logischen Schaltungen False, also falsch und eine Eins entspricht War beziehungsweise True und das kann man halt so lesen, wenn zum Beispiel zwei Nullen anliegen an diesen Eingängen A und B, dass dann eine Null rauskommt bei dieser XOR-Schaltung und bei AND und NOT und OR sieht man dann entsprechende andere Wahrheitstabellen und was man halt macht hier im Projekt ist, dass man sich überlegen muss, wie baue ich jetzt dieses XOR aus anderen Schaltungen zusammen und wenn ich jetzt schon aus NAND Gattern ein AND, ein NOT und ein OR gebaut habe, wäre das hier eine mögliche Lösung. Es gibt noch eine bessere Lösung, die weniger Gatter braucht als die hier, das wäre zum Beispiel so eine Implementierung. Das heißt, man bekommt als Student vorgegeben Bau XOR, das hat diese Wahrheitstabelle, du darfst alles, was du bisher gelöst benutzen und dann würde man das hier als Lösung abgeben, wobei man das in so einer speziellen Hardware Beschreibungssprache macht. Also ich mache immer mal Pause, zu schauen, ob sich jemand meldet, man kann gerne Zwischenfragen stellen. Und so sieht das aus, in der Klausur gibt es dann immer Fragen zu allen möglichen Teilgebieten, also ich versuche dann meistens eine Aufgabe zu einem Teilgebiet zu stellen und da bekommt man dann auch eine Aufgabe vorgegeben, zum Beispiel via Wahrheitstabelle und bekommt gesagt, jetzt baue mal diese Schaltung, die dieser Wahrheitstabelle entspricht und da kann man sich dann aussuchen in der Klausur, möchte man so eine Zeichnung oder diese Hardware Beschreibungssprache nehmen, in der Regel nehmen so 80 Prozent der Leute die Zeichnung und der Rest macht lieber sowas hier, ich finde das ja eigentlich auch einfacher aber das ist eine Geschmacksfrage und dann würde man hier in dieser Beschreibungssprache angeben, was sind die Eingangspins das ist A und B was ist der Ausgangspin das ist Out und was sind die entsprechenden Bestandteile und dann gibt man im großen Ganzen nur noch an was hier auf dem Bild auch zu sehen ist wie ist das eigentlich verdrahtet zum sieht man hier halt dieses Not Gatter hat einen Ausgang und den kann ich benennen das heißt ich kann den Eingang dieses A anlegen in ist gleich A und den Ausgang kann ich irgendwie benennen also ich kann die Leitung hier benennen das heißt das was hier zwischen dem Not und dem End ist diese Leitung nenne ich dann Not A analog geht das für B und genauso hier kann ich schreiben End hat ein A und ein B Eingang und ein Out da kann ich auch sagen dass hier diese Leitung A an diesem Eingang A liegt und das was hier bei Not B rauskommt das ist diese Leitung die hier so nach oben geht und das nehme ich dann zum Beispiel B 1 und das analog für das andere End und das leite ich das in das Ohr und so ist die Beschreibungssprache der Autor der Beschreibungssprache sagt das kann man in einer Stunde lernen ich glaube man kann das also vermutlich reicht schon diese Erklärung die ich jetzt gegeben habe mehr komplizierter wird es eigentlich nicht als das da und die erste Hausaufgabe die sie bis zum 7. Mai machen müssten wäre dann so eine Datei für 12 Chips abgeben das zeige ich Ihnen gleich auf der Webseite hierzu irgendwelche Fragen gut ja und bei NAND also was ist überhaupt dieses NAND das habe ich noch gar nicht gesagt das ist vielleicht beim Titel der Vorlesung ganz interessant das ist eine negierte Unschaltung also ich erinnere daran 0 entspricht falsch und 1 entspricht wahr dann würde man bei einer logischen Endverknüpfung erwarten dass es das Ganze nur wahr ist wenn beide Eingänge wahr sind also nur wenn zwei Einsen anlegen bekomme ich eine 1 raus bei einem End ein NAND ist ein negiertes End das heißt da ist das Verhalten einfach genau umgekehrt und das heißt ich habe überall eine 1 stehen wo die Werte unterschiedlich oder beide 0 sind und nur eine 0 stehen dort wo beide Eingänge auf 1 gesetzt sind das das ist hier drüben ist der einzige Ausflug in diese Welt der Elektrotechnik wir befassen uns aber damit nicht und das kommt auch nicht in der Klausur vor das ist ein Beispiel wie man das mit so einer CMOS Schaltung zusammenbauen kann da muss man hier ganz auf die Details achten hier geht der Pfeil in diese Richtung nach links und da oben der Pfeil an diesen Schaltsymbol auf und das wäre NAND gerade hier sind die beiden Eingänge A und B dort wäre der Ausgang ein bisschen anders geschrieben da steht irgendwie A.B. und so ein Strich drüber aber das meint NAND und dann sehen wir hier zum Beispiel gibt es auch Leitungen die da gar nicht mehr eingezeichnet sind da oben liegt eine Spannung an hier ist eine Erdung das heißt es gibt noch eine leitere Leitung braucht und das Ganze mit Strom zu versorgen ich weiß nicht ob der Herr Schumacher in der Physik noch die Elektrotechnik Vorlesung macht ich weiß als ich die damals vor Uhrzeiten mal gehört habe war das quasi das Ende der Vorlesung man fing da an mit Elektrizität und Magnetismus mit Transistoren Dioden und ganz am Ende in der letzten Vorlesung kam quasi das Nand Gatter das da wo man dann aufhört da fangen wir jetzt an ja also das war so ein bisschen diese Übersicht die man hier gesehen hat das heißt so ein bisschen Eindruck geben wohin wird die Reise gehen was wird einen hier erwarten in der Vorlesung ich würde jetzt einsteigen mit Bursche Logik Fragen soweit zum Ablauf gut dann nicht okay also das Einfachste was wir machen wollen ist Logik implementieren also wir wollen Schaltungen die einfache Logik umsetzen können wenn wir später Hochsprachen in der Programmiersprache haben sowas wie Ifs and Else wenn dies so ist bitte Computer Tool dies ansonsten das dann brauchen wir in irgendeiner Form Logik wir müssen so etwas wie Unverknüpfungen Negationen so etwas müssen wir umsetzen können wie können wir das hier definieren also wenn wenn man wenn man hier oben zum ersten mal auf der linken Seite das ansieht da gibt es hier irgendwie so vier elementare Schaltungen Negation and or und and und die Eingabe sind halt so logische Variablen also Werte true und false können die annehmen in einer Programmier-Sprache wie Java würde man sagen Boolean und das kann natürlich das Ergebnis irgendeiner anderen logischen Operation sein also diese ganzen Gatter sind offensichtlich kombinierbar sonst würde das alles nicht funktionieren ja und wie kann man jetzt angeben wie sich das hier verhalten soll natürlich wieder mit Wahrheitstabellen und wo man das wieder so sehen kann hier auf der linken Seite stehen halt die möglichen Werte von x beziehungsweise x und y wenn ich zwei Eingänge habe und dann die möglichen Ausgänge ja dort negiert das Ganze halt einfach and ist nur wahr wenn beide Eingänge wahr sind deshalb halt und oder ist immer wahr außer beides ist falsch deshalb oder und and verhält sich wie ein invertiertes and und es können auch beliebige andere Funktionen sein also zum Beispiel hier diese Funktion die Schreibweise ist jetzt ein bisschen anders man schreibt für so ein oder plötzlich so ein Plus und hier ist wie so ein verstecktes Malzeichen zwischen der Klammer und dem Z das wäre dann und und ein Strich darüber das bedeutet eine Delegation also könnte man lesen x oder y und nicht z und dann schreibt man sich alle Werte hin es gibt endlich viele Kombinationen und dann was da raus kommt was wir nicht näher beweisen aber was eine interessante Beobachtung ist man kann alle diese logischen Operationen was hier so ein bisschen intuitiv rüberkommt diese ganzen Funktionen mit and or not ausdrücken das heißt wenn ich irgendeine boolsche Funktion habe von irgendwelchen Variablen wo irgendwelche Wahrheitswerte rauskommen kann ich das immer mit einer Kombination aus and or not machen und nachher werden wir sehen wir können diese drei Schaltungen alle mit NAND Garton lösen das heißt man kann eine beliebige boolsche Funktion darstellen mit NAND Garton Das ist so eine Übersicht über mögliche boolsche Funktionen mit mehreren Variablen muss ich jetzt wahrscheinlich nicht im Detail alle durchgehen nur damit man ein Gefühl dafür kriegt was theoretisch alles möglich wäre die Tabelle ist jetzt einmal auf die Seite gedreht also hier oben stehen die entsprechenden Werte von x und y da gibt es vier möglich Kombination und wenn man zum Beispiel eine konstante 0 hat ist völlig egal was x und y ist dann kommt immer 0 raus and haben wir gerade gesehen da habe ich Funktion was mit den Wahrheitswerten raus kommt und kann sich das überlegen also wir haben dann hier noch nor das negierte or or x or haben wir schon gesehen äquivalenz ist im großen ganzen gleichheit also hat x und y denselben wert sieht man hier auch dann hier hinter diesem if y then x verwirkt sich so eine Implikation all das ist halt denkbar und das kann man alles aus NAND Gattern bauen und wenn man so ein Chip baut der halt das kann dann kann ja schon einiges und man kann das auch für x und y erweitern die halt nicht nur ein einziges Bit sind ein Wert sondern auch für 16 Bit Leitungen das machen wir dann im Laufe der Vorlesung in den Projekten hierzu was ok ja worauf beruht das auf den Herrn Buhl das merkt man vielleicht auch weil das in Java diese Wahrheitswerte in Booleans abgespeichert werden der hat halt in Calculus of Logic die Buhl'schen Operationen untersucht und ein ganzes Werk dazu geschrieben generell sage ich das allgemein es gibt immer Leute die Folien auswendig lernen ich werde niemals in Klausuren abfragen wann wer geboren ist also sowas nicht das muss nicht gelernt werden kann man natürlich wenn man will trotzdem lernen aber sowas fragen wir nicht ab und hier sieht man halt wie man anfangen könnte um alles was wir gesehen haben aus NANDs zu bauen der erste Schritt der ist vielleicht nicht offensichtlich also wenn ich beide Eingänge rum da mache ich aus 0 1 1 und aus 2 1 1 mache ich eine 0 das heißt ich kann so ein Not bauen das heißt wenn ich beide Eingänge in so NAND packe habe ich schon mal das Not gebaut und wenn ich so eine konstante Thoughts habe das kann man in dieser Hardware Beschreibung angeben und das negiere dann bekomme ich halt True raus das ist das Verhalten von Not und wenn ich jetzt einfach ein normales NAND Gatter habe und das negiere dann habe ich AND denn NAND ist das negierte AND das heißt wenn ich nochmal negiere dreht sich das wiederum aus For für True und dann habe ich ein AND implementiert hier das mit dem OR da gehe ich nicht im Detail drauf ein da kann man sich mal ein bisschen gedanken drüber machen und das mit dem XOR ist noch weniger offensichtlich das sind schon ein paar der Chips für die Hausaufgabe deshalb muss man da nicht im Detail durchgehen sollte man sich mal genau überlegen wie das funktioniert aber da sieht man schon dass wir diese Schaltung alle schon direkt mit NAND bauen kann hier nochmal diese Schaltsymbole ich habe die eben schon benutzt in den Beispielen also für ein AND nimmt man dieses Symbol das hat noch so einen Kreis am Ausgang wenn das ein NAND ist genauso kann man aus dem OR wenn man noch so einen Kreis am Ausgang macht ein NOR machen ein negiertes OR und das ist halt das NOT und wenn man jetzt ein AND haben will mit mehreren Eingängen also zum Beispiel drei Eingängen dann kann man das einfach bauen indem man zwei NANDs hintereinander baut das heißt wenn ich jetzt einen 16 Bit Rechner baue dann habe ich hier zwei mal 16 Eingänge und möchte schauen ob die Werte mit UND berechnen oder mit OR oder was auch immer das kann ich leicht erweitern in dem ich halt hier mehrere hintereinander baue hierzu irgendwelche Fragen keine Fragen ja und auch das XO das haben wir schon gesehen das exklusive oder also das entweder oder das hat halt diese Wahrheitstabelle und das kann man dann halt auch mit dieser Schaltung zusammenbauen und das wäre dann in dieser HDL also in der HDL Sprache sieht das noch leicht anders aus aber vom Prinzip her würde man halt das dann entsprechend verschachteln und darauf zu kommen da muss man sich ein bisschen Gedanken machen warum das korrekt ist und ich sage ja es gibt noch ein einfacher also einfacher es gibt noch eine effizientere Lösung die weniger Gatter braucht dann dann achso zu Herrn Shannon der hat damals ich habe es nach nachschlagen müssen ich glaube ich bin mir nicht ganz sicher also in den 30er Jahren war es aber tatsächlich in seiner Masterarbeit dann untersucht dass man mit Buhl'schen mit Mathematik mit Buhl'sche Algebra großen und ganzen so Schaltungen beschreiben kann und wenn man dann die entsprechenden Formeln optimiert kann man halt dann auch ganz stark Gatter sparen und das ist schon relevant wenn man wie viele Gatter man für so eine elementare Schaltung braucht denn das multipliziert sich denn so eine Schaltung kann ja hundertfach in einem richtigen Chip drin sein und dann ist das schon relevant wie viel ich davon verbaue prinzipiell machen wir uns keine Gedanken wie das hier mit den Ants implementiert ist es gibt ein lustiges Video bei YouTube da hat jemand den Prozessor von Nanto Tetris in Minecraft nachgebaut also es gibt alle möglichen Implementierungsideen das hier ist jetzt als Schaltkreis dass man so eine Spannungsquelle hat und wann ist ein Ant wann fließt da ein Strom wenn beide Schalter A und B geschlossen sind dann habe ich da die 1 und beim oder habe ich halt so eine verzweigte Schaltung da muss nur einer geschlossen sein und wenn ich jetzt ein Ant habe von drei Variablen habe ich halt drei Schalter also das wäre eine Implementierung das was wir mit den CMOS gesehen haben könnte eine sein wir machen uns keine großen Gedanken wie das gelöst ist wir gehen davon aus dass wir das ein Ant haben und dass das funktioniert ok jetzt geht es ein bisschen über das Projekt ich zeige nachher gleich noch die Webseite im Projekt sollen halt diese einfachen Schaltungen not and or gelöst werden und noch andere die jetzt nicht verraten wurden also ein bisschen muss man für das erste Projekt schon noch überlegen und man bekommt halt immer so ein Interface vorgegeben was das tun soll und dann baut man aus diesen elementaren Schaltungen komplexere zusammen und immer was ich gelöst habe darf ich dann im nächsten Projekt benutzen das heißt wenn ich einmal gelöst habe wie ich mit einem NAND-Cutter not baue dann darf ich not benutzen und wenn ich einmal and implementiert habe dann darf ich auch and nutzen und dann baut man dann komplexere Schaltungen mit auf eine könnte zum Beispiel also komplexer multiplexer sein das ist eine Schaltung die wählt sich eine Leitung aus das brauchen wir nachher zum Beispiel beispielsweise wenn wir einen Prozessor bauen und wir wollen jetzt entscheiden woher kommen eigentlich die Operanten kommen die aus dem Speicher kommen die aus einem bestimmten Register und dann kann man dann eine entsprechende Leitung wählen und legt halt alles was man braucht also die Leitung vom Speicher von den Register einfach in den Prozessor an und so ein Multiplexer wählt dann die richtige aus das funktioniert so ich habe hier so eine Selection Pin und je nachdem was für ein Signal auf dieser Leitung hier drauf liegt wird dann entweder das Signal von A auf Out gelegt oder das Signal von B und das sieht man auch hier in dieser Wahrheitstabelle und das kann man auch mit Nance implementieren hier ist die Wahrheitstabelle da muss man sich halt ein bisschen Gedanken machen gut also zum Beispiel wie könnte das aussehen wenn man jetzt die die Hausaufgabe für das End löst man bekommt halt hier die Vorgabe dieses Interface wie sich End verhalten soll man bekommt hier diese leere Datei und muss das dann da reinschreiben man bekommt ein Testskript was man nicht im Detail verstehen muss kann man kann man sich gerne Gedanken drüber machen wenn man nachher noch experimentieren will und andere Schaltungen bauen will also von der Idee her das lädt halt diese HDL-Datei Hardware-Beschreibungssprache Hardware-Description-Language ein erzeugt ein Output-File das ist das Output der Entschuldigung der Output den diese Lösung die sie entwickelt haben generiert dann ein Compare-File mit der richtigen Lösung und dann vergleicht es das einfach und das ist dann das eigentliche Skript das setzt halt Pins setzt halt alle möglichen Kombinationen auf A und B und führt dann so ein Eval aus so eine Auswertung und schaut dann ob das richtig ist und dann bekommen sie dann ein Feedback ist meine Lösung die richtige jetzt ist es noch sehr einfach das wird dann nachher wenn man so eine Alu entwickelt oder einen Prozessor vielleicht nicht so offensichtlich und ganz nützlich wenn man dann ein bisschen Feedback bekommt ja also das ist hier diese Top-Level-Sicht man bekommt nur das End man sagt was das tun soll und ihre Aufgabe ist es das zu implementieren hier ist jetzt eine Lösung als Zeichnung vorgegeben solche einfachen Chips kann man halt in der Vorlesung auch verraten weil da wahrscheinlich ein bisschen nachdenken würde man da wahrscheinlich drauf kommen dass man ein End bekommt indem man ein End hingiert und dann muss man das halt noch in HDL schreiben und das sieht so aus das ist der Simulator den kann ich meinetwegen auch gleich zeigen ich weiß nicht ob das einen Mehrwert gibt wenn man das einmal sieht den kann man sich dann auf der Webseite nennen tutetris.org runterladen ja wie ist das also man sieht hier die entsprechende Lösung hat man in irgendeinen Texteditor geschrieben dann lädt man halt seinen entsprechenden Chip indem man hier oben auf dieses Chip-Symbol das Grüne drückt hier in dem Beispiel XOR dann lädt man sein Skript dieses Test-Skript was ebenfalls man sich von der Webseite runterlädt das ist hier diese Schriftrolle und dann lässt man das laufen und dann bekommt man hier unten dann ein Feedback ob die Lösung richtig ist oder nicht und die anderen Optionen die sind jetzt noch nicht so wichtig also man kann den auf schnell und langsam setzen wenn man jetzt vier Kombinationen überprüft ist das nicht so relevant aber wenn man komplexere Sachen macht ist das durchaus von Interesse und man kann sich dann hat dann die Option bei Animate zum Beispiel ob man Schritt für Schritt sehen will was passiert oder ob einen am Ende nur das Ergebnis interessiert ob es richtig ist und dann kann man sich noch die Scriptview ansehen oder den Output live ansehen der generiert wird so ein paar Optionen also das Skript würde dann halt diese Werte durchprobieren und dann am Ende bekommt man einen Output das kann man sich auch ansehen und dann sieht man dann hoffentlich dass das hier erfolgreich war und es ist das ist dann die Webseite die kann ich gleich nochmal zeigen wenn es da Interesse gibt hier steht ja auch nochmal nantotetris.org und da habe ich es auch nochmal angeschrieben und dann geht man halt hier auf Projects und dann auf Projekt 1 und kann sich dann hier die leeren HDL-Dateien runterladen also da steht dann wirklich nur drin was man machen soll und den HDL-Code muss man selber schreiben und dann hat man hier halt die Testdateien und die Compare-Dateien also das Skript was durchläuft und die richtige Lösung die die Chips produzieren müssen also nicht Lösungen im Sinne von HDL und man kann sich das auch alles auf einmal runterladen muss das nicht Schritt für Schritt machen ja wie löst man das wie kommt man hier mit der Hausaufgabe zurecht ich hoffe die Vorlesung hilft dabei ansonsten sollte man sich hier dieses Buch durchlesen die Kapitel sind alle recht kurz und beschränken sich immer nur auf das Wesentliche denn wir haben ja Großes vor wir wollen damit einen Computer bauen wo alle mögliche Software draufläuft und dann kann man halt nicht immer so ins Detail gehen man sollte sich diese Software runterladen diese Simulator es gibt ein Hardware-Tutorial aber ich glaube das was ich Ihnen jetzt erzählt habe reicht schon aber Sie können sich das gerne durchlesen das ist dieses Projekt Null das erklärt eigentlich nur wie diese Simulatoren funktionieren was macht welcher Knopf ist aber glaube ich sehr intuitiv und dann ist man auch schon im Geschäft okay dann gibt es hier immer so am Ende der Slides also das ist quasi das erste Kapitel und gleich mache ich noch das zweite weil das nur 14 Slides sind und relativ schnell geht am Ende der Slides gibt es immer noch so ein bisschen Ausblick wo haben wir vereinfacht wo haben wir wichtige Aspekte nicht berücksichtigt zu diesem Thema hier ist das jetzt relativ seicht also da geht es um diese kanonische Darstellung ich weiß nicht ob jemand schon was von diesen konjunktiven und disjunktiven Normalformen gehört hat das sind immer so jetzt so ein bisschen Ausblicksfolien was es da noch gibt und man kann halt das was eben schon auf Slides drauf war man kann mit AND, NOT und OR eine beliebige boolsche Funktion darstellen man kann nur mit alle Schaltungen bauen und diese wiederum lassen sich mit NANDs bauen das heißt ich kann alles ich kann den ganzen gesamten Prozessor den ganzen Computer nur aus NANDs bauen und was man hier zum Beispiel machen könnte es gibt so Schaltungen da kann man das kennt wahrscheinlich nicht jeder sich entscheiden welche Leitung man gerne aktiviert haben möchte diesen PLDs also diese Programming Logical Devices und wenn man weiß dass man mit in diesen konjunktiven und disjunktiven Normalformen jede Funktion darstellen kann kommt gleich auf den nächsten Slides dann kann man hier entsprechend der Lösung die man da raus hat dann immer entweder den negierten oder den nicht negierten Eingang in AND nehmen und das dann alles in ein OR leiten und damit kann man dann eine beliebige boolsche Funktion implementieren und könnte das zum Beispiel könnte damit dann in die Massenproduktion für bestimmte Schaltungen gehen man hat also nur diese universellen Blocks Building Blocks also zum Beispiel dass man alles aus NAND baut und nur die Anordnung also die Topologie was hier Topologie ist welche Leitungen aktiviert sind oder nicht bestimmen dann was das macht und dann gibt es dann hier diese Analogie zu Neuronen und Atomen habe ich jetzt nicht so viel Ahnung aber ich glaube der Vergleich hinkt so ein bisschen hier wird das eingeführt mit dieser kanonischen Darstellung mit diesem Who-Done-It-Story das ist so eine Geschichte um jemandem diese kanonische Form ein bisschen näher zu bringen und wie das mit den burschen Funktionen funktioniert also die Idee ist es gibt einen Mord und jemand hat könnte ein Alibi haben oder auch nicht wenn die Polizei entsucht er könnte in Verbindung mit der Mordwaffe stehen und er könnte ein Motiv haben und die Idee ist jetzt die Polizei schaut sich nur die Personen an wo entweder eine Verbindung zur Mordwaffe oder zum Motiv ist und die Personen die kein Alibi haben und das hat mir als logische Variablen genommen weil das kann True or False sein A, M und W und hat das dann einfach aufgeschrieben also nicht A man sollte kein Alibi haben und dann halt M oder W und dann kann man das halt aufschreiben und dann kann man hier für alle möglichen Kombinationen durchgehen wann das True or False ist und weiß dann bei welchen Kombinationen von Alibi Mordwaffe Motiv dann jemand in Frage kommt und hier unten sieht man die kanonische Form denn man weiß wann ist das hier überhaupt wahr naja wenn entweder das in der zweiten Spalte das in der dritten oder das in der vierten gilt und sonst nicht und das habe ich eben schon gesagt das heißt entweder das in der zweiten Spalte in der dritten oder in der vierten und man verknüpft das halt mit oder hier durch ein Plus dargestellt und dann muss halt diese Kombination gelten also zum Beispiel hier für die vierte vierte Zeile ich habe glaube ich außerdem eben Spalte gesagt null und eins und eins und dann also okay die sind hier hier wäre dann die vierte und das schreibt man hier so hintereinander und wenn man das sieht dass man ja für jede Bullsh-Funktion also zum Beispiel für diese für dieses Houdanit-Problem so eine Tabelle aufstellen kann und das hier eintragen kann dann ist auch klar dass man mit diesem Ansatz hier dass man sich halt die Terme mit eins rauspackt und für jeden Einzelnen das hinschreibt was hier oben halt steht dass man dann mit diesem Ansatz mit dieser kanonischen Form eine beliebige Bullsh-Funktion implementieren kann und was kommt hier zum Einsatz das sind halt oder Verknüpfungen es sind Negationen und es sind und ja und dann hier eine Implementierung von diesem Houdanit dass man halt das was da steht einfach hinschreibt also man betreibt irgendwie so ein bisschen Bullsh-Algebra und vielleicht kriegt man das irgendwie noch vereinfacht und dann schreibt man einfach hin was da steht also nicht A Negation oh hier ist AND und OR auf den Slides vertauscht also das muss natürlich AND sein und das muss OR sein und dann leitet man das halt entsprechend in das OR und das Ganze dann in das AND also man muss hier wenn man das aufschreibt dann natürlich noch die Klammerung beachten und dann entsprechend die Leitung richtig setzen oder man macht hier diese kanonische Form und dann nimmt man halt für jeden dieser Terme die Negation oder auch nicht der entsprechenden Variablen und leitet das in ein AND das sieht man hier also A und M ist zum Beispiel negiert da sind da zwei NOTs und W nicht und dann geht das in das AND und für die anderen beiden analog und dann geht das in OR also das was ich gerade beschrieben habe und das was wir eben mit den PLDs gesehen haben das wäre eine Möglichkeit dass man dann automatisch bestimmte Leitungen setzen kann oder nicht ja also das was man hier gesehen hat hier dann farbig dargestellt muss man jetzt im Detail nicht noch nachvollziehen ich glaube das ist klar und dann hier halt die Analogie dass das Gehirn so ähnlich funktioniert und man dann noch Neuronen nachbilden kann ja das ist dann wirklich schon ein bisschen out of scope von dieser Vorlesung das wäre Bursche Logik ich würde zur Aritmetik übergehen außer es gibt jetzt noch Fragen gut okay das ist falsch was will ich zeigen ich glaube ich muss die Webseite nicht zeigen ich kann es vielleicht gleich am Ende machen wenn es da Bedarf gibt aber ich meine die URL steht da und sich Sachen von der Webseite runterladen ist jetzt nicht so schwer okay also wir haben uns jetzt Gedanken gemacht wie können wir einfache logische Schaltungen bauen und das wäre das erste Projekt und was ebenfalls bis zum 7. Mai wäre wäre auch das zweite Projekt das ist aber ähnlich komplex ich finde also ich finde es relativ einfach das einzige was hier eigentlich schwierig ist ist die Alu zusammenbauen aber das ist auch nicht so ein großer Zeitaufwand wir wollen jetzt Gedanken machen wie wir rechnen können das heißt wir überlegen uns wie stellen wir Zahlen dar wie addieren wir die das kennen vermutlich fast alle ich gehe da entsprechend schnell drüber und dann wie bauen wir das in Hardware ja also das können wir ja weiß ich nicht aus der ersten Klasse wenn wir zählen lernen dann lernen wir halt diese Quantitäten kennenlernen ich weiß nicht wann die Null eingeführt wird ob man das auch in der ersten Klasse so lernen und dann lernt man halt wie man das mit entsprechenden Ziffern darstellt da es unendlich viele Zahlen gibt gehen uns irgendwann die Ziffern aus deshalb kombinieren wir die und wenn wir im Zehnersystem sind fangen wir halt bei der zehnten Ziffer die Null ist auch eine dann ab an hier so Symbole zu kombinieren und das geht halt im Binärsystem auch so das kennt wahrscheinlich auch jeder deshalb muss ich jetzt hier nicht so im Detail drüber gehen da haben wir halt nur zwei Ziffern Nullen und Einsen das heißt schon wenn wir die Zahl 2 darstellen wollen brauchen wir hier eine zweite Ziffer und dann geht das halt dann auch systematisch so hoch ich glaube das kennen alle was wir aber auch wissen es gibt unendlich viele Zahlen aber es gibt nur endlich viel Computerspeicher das heißt es gibt immer irgendeine Zahl die wir nicht darstellen können irgendeine Zahl ist zu groß wenn wir hier zum Beispiel davon ausgehen wir haben einen Speicher wo drei Bits reinpassen dann haben wir hier ab der Darstellung der 8 ein Problem die Speicherzelle das Register was wir bauen wird ein 16-Bit-Register sein aber das Problem bleibt ja es tritt nur später auf das heißt zum Beispiel hier würde unsere Register wäre das voll es würde überlaufen es gäbe ein Overflow und dann würden zum Beispiel nur drei Nullen da drin stehen und dann würde die 8 mit der 0 verwechselbar sein oder die 9 mit der 1 das ist so ein Problem was dabei auftritt kennen wahrscheinlich auch schon alle ansonsten jetzt wie ich gesagt habe alle kennen das traut sich natürlich keiner was zu fragen aber das hier kennen vielleicht nicht alle zumindest diese Darstellung also wie stellen wir halt große Zahlen mit endlich vielen Ziffern uns vor ich weiß gar nicht wenn man so große Zahlen lernt ich sage jetzt einfach mal in der dritten Klasse oder in der zweiten keine Ahnung lernt man das halt kennen dass es hier irgendwie die Tausenderstellen die Hunderterstellen und die Zehnerstellen und dann die Einerstellen gibt und so weiter für Zehntausenderstellen das heißt diese 9 die ist 1000 mal so viel wert das heißt das ist eine 9000 das kann man sich so vorstellen wie ich nehme 9 mal 1000 und dann nehme ich also eine Hunderterstelle habe ich nicht und dann nehme ich die 3 mal 10 das heißt diese 3 ist 10 mal so viel wert das ist eine 30 und dann nehme ich noch die 8 dazu und dann ist das 9038 und so analog funktioniert das halt auch in so einem dualen System wenn ich mit Binärzellen etwas darstelle das heißt wenn ich herausfinden will ja welche Zahl wäre das denn hier in meinem Zehnersystem da steht einmal 10 und 2 dran damit man das unterscheiden kann dann nehme ich das halt auch mit den entsprechenden Exponenten und den Potenzen mal das heißt diese Stelle da oben dann nehme ich mal 2 hoch 4 das ist halt 16 und dann an den nächsten beiden Stellen habe ich nichts da würde ich aber mit 2 hoch 3 und 2 hoch 2 multiplizieren wenn da 1 stehen würde und dann habe ich halt noch 2 hoch 1 das ist eine 2 und 2 hoch 0 irgendwas hoch 0 ist immer 1 und wenn ich das aufaddiere sehe ich ah das ist eine 19 und das kann man auch allgemein hinschreiben also das hier was wir hier gesehen haben ist einfach eine Summe über verschiedene Terme das heißt wir summieren auf von 0 bis n das heißt das wäre das 0te Bild das erste das zweite das dritte das vierte und was halt an den entsprechenden Bits steht das haben wir hier x genannt das heißt an x0 würde da eine 1 stehen an x1 eine 1 an x2 eine 0 und so weiter bis xn wenn wir eine 16 Bit Zahl haben würde das also bis 15 gehen wir fangen bei 0 an und dann würden wir halt diese einzelnen Stellen xy ist das entsprechend multiplizieren mit dieser Basis und dann kriegen wir die Zahl raus soll ich hierzu noch was sagen oder gibt es Fragen dazu gut naja und wie kann man hier addieren das ist genau wie der schriftliche Addition aus der Grundschule man addiert das Ganze zusammen und wenn es nicht mehr ausreicht dann hat man so gesagt irgendwie 1 im Sinn oder so das heißt schon eine 2 kann ich ja im dualen System nicht mehr darstellen das heißt ich schreibe 0 1 im Sinn deshalb steht da noch mal eine 1 obwohl 2 Nullen addiert werden 1 plus 0 ist 1 1 plus 0 ist 1 und dann bekomme ich halt eine Zahl raus und dann könnte ich mir wieder überlegen ja was wäre das im 10er System und auch das was wir eben mit dem Overflow eingeführt haben jetzt können wir 4 Bits darstellen und wenn die 1 hier drüber fällt und nicht mehr dargestellt werden kann dann haben wir uns verrechnet und wir können das natürlich merken dass hier so ein Überbetrag rausgekommen ist bei unserer Schaltung und das ist das Carry das heißt diese 1 soll nicht verloren gehen wir sollen irgendwie merken das ist gerade ein Overflow und da ist diese 1 hier in Rot mit der müssen wir uns noch beschäftigen warum macht man das hier warum ist das in der Vorlesung so naja es sollen erstmal Zahlen eingeführt werden für die Leute die das nicht kennen das kennen jetzt vermutlich alle und dann soll man ein bisschen darüber nachdenken wie bauen wir das eigentlich in Hardware und da muss man sich über diese Gedanken über das hier Gedanken machen also nicht nur wie eine Addition funktioniert sondern auch was mit diesem Overflow ist noch etwas zu negativen Zahlen ich habe ja mit natürlichen Zahlen angefangen jetzt wollen wir auch negative Zahlen haben was wir hier machen ist eine Darstellung im Zweierkompliment und im großen Ganzen benutzen wir das höchste Bit also wenn wir zum Beispiel hier ein 4-Bit-System haben um darzustellen dass es eine negative Zahl ist also wenn an der höchsten Stelle hier am dritten Bit so eine 1 steht also ich hoffe niemand kommt durcheinander wenn die Nummerierung bei 0 anfängt also hier beim dritten Bit eine 1 steht dann ist es eine negative Zahl und entsprechend wäre dann hier wenn ich 4 1en hintereinander habe dann ist das die Minus 1 und so weiter wie kann man jetzt rauskriegen dass das die Minus 1 ist man kann alle Bits invertieren und 1 dazu addieren invertieren bedeutet alle Nullen werden durch 1en getauscht und alle 1en durch Nullen und dann addiert man halt 1 drauf mit der schriftlichen Addition die wir eben gesehen haben und dann bekommt man die negativen Zahlen raus der Vorteil ist ich kann einfach so eine negative Zahl nehmen das drauf addieren und das funktioniert direkt das heißt wenn ich 2 Minus 5 rechnen will dann ist das dasselbe wie 2 plus Minus 5 das ist das was da steht und dann bekommt man auch die Minus 3 raus das heißt wir müssen uns keine Gedanken machen wenn wir einmal die Addition gelöst haben haben wir die Subtraktion direkt mitgelöst nur durch unsere Zahlendarstellung was wir haben wollen ist ein Addier-Chip für einen 16-Bit-Rechner das heißt da kommen 2 mal 16 Leitungen rein also man stellt sich das jetzt so vor als wären hier 32 Eingänge und das ist halt mit diesem Schrägstrich und diese 16 so angedeutet und da kommt ein 16-Bit-Ergebnis raus was der Summe der beiden Zahlen entspricht und wenn wir das als Ziel haben lösen wir zuerst den Halbaddierer der 2 Bits addieren kann dann den Volladdierer der 3 Bits addieren kann der berücksichtigt dann noch dieses Carry und dann einen Addierer der N Bits addieren kann also eine beliebige Anzahl also wir machen das erstmal nur für Bits und dann können wir das für 16 Bit das erste was man hier sieht ist der Halbaddierer hier ist die Wahrheitstabelle und es gibt ja zum ersten Mal zwei Ausgänge also eben hatten wir immer nur einen Ausgang jetzt haben wir immer zwei hier zuerst die Addition also 0 plus 0 ist 0 in blau dann 0 plus 1 ist 1 1 plus 0 ist 1 und 1 plus 1 ist 2 das können wir nicht darstellen das ist also 0 1 im Sinn und deshalb ist hier rot das Carry-Gesetz das ist die Schaltung die wir implementieren wollen und da müssen wir uns dann Gedanken machen gibt es vielleicht Schaltungen die wir im ersten Projekt gelöst haben die uns hierbei helfen man kann es auch wenn man will komplett in Nance bauen aber es gibt eine einfache Lösung vielleicht erkennt man ja einige Funktionen hier in blau und in rot wieder so und der Volladdierer der würde halt nicht nur sich mit den zwei Zahlen die addiert werden mit A und B befassen sondern auch noch einen dritten Eingang haben diese Carry-Leitung diesen Überbetrag und was ist die Idee man kann verschiedene Volladdierer hintereinander packen so dass Überbeträge immer weiter gereicht werden und niemals verloren gehen und da ergibt sich dann halt diese Wahrheitstabelle das kann man sich dann im Detail ansehen und es ist man kann Volladdierer zum Beispiel mit Halbaddierern lösen muss man sich dann Gedanken machen wie das geht das ist ein Trick den hatten wir ja auch schon bei den Ants gesehen auf dem letzten Foliensatz wo wir drei Eingänge bei dem Ant hatten ja und wie macht man das für einen 16-Bit-Addierer naja man kann einfach von diesen Addierern die zwei Bits addieren können man benutzt die um einen 16-Bit-Addierer zusammenzubauen auch das ist Teil des Projekts deshalb bin ich jetzt so in meiner Erklärung ein bisschen nebulös da muss man sich ein bisschen Gedanken machen ist aber nicht besonders schwer darauf zu kommen naja und was wollen wir noch wenn wir einmal diese Halbaddierer gelöst haben und daraus dann Volladdierer gebaut haben und daraus dann 16-Bit-Addierer wollen wir aus allem was wir bisher gemacht haben im zweiten Projekt das wie gesagt auch bis 7. Mai ist eine arithmetisch logische Einheit bauen eine ALU oder eine ALU und die hat verschiedene Eingänge die hat zwei X- und Y-Eingänge das sind die Operanten das sind also die Werte mit denen wir die Berechnung durchführen und dann hat die hier oben sechs Pins ZX NX ZY NY F und NO und dann eine Ausgangsleitung und je nachdem was ich hier an diese sechs Pins anlege das ist jeweils nur ein Bit das 0 oder 1 ist berechnet die irgendwas anderes diese ZX und ZY Leitung wenn diese Pins gesetzt werden werden die Eingänge auf 0 gesetzt also Z wie 0 X bei NX und NY werden die entsprechenden Werte negiert und wenn ich hier diese F-Leitung gesetzt habe addiert die ALU entweder oder sie berechnet AND und hiermit mit NO kann ich noch den Ausgang negieren und was sehr überraschend ist wenn man jetzt hier diese Addierer hat aus denen man diese ALU bauen kann und diese logischen Schaltungen also AND OR für 16 Bit dann kann man alle möglichen Funktionen implementieren also man kann also mit so wenig Aufwand man kann addieren subtrahieren 0 1 minus 1 erzeugen man kann die entsprechenden Werte also die Zahlen negieren oder man kann eine logische Negation bilden also NOT man kann 1 dazu addieren abziehen oder und oder oder machen noch andere Funktionen also man wir brauchen nur die aber man kann noch andere Funktionen sich überlegen wenn man möchte also das ist dann wieder dieser Teil wo man eingeladen wird damit zu experimentieren und zu überlegen was über die Hausaufgabe die ich leisten muss ist hier noch interessant was kann man damit machen und das ist am Ende der Bestandteil für den Prozessor wie sieht das aus im Projekt hier sieht man auch nochmal eine riesige Wahrheitstabelle mit allen möglichen Kombinationen von diesen 6 Pins und was dann entsprechend bei dem Eingang rauskommt damit befasst man sich dann wenn man die Hausaufgabe macht und deshalb habe ich gesagt das ist das einzige von den zwei Hausaufgaben also die zwei Projekten die sie bis 7 Mai machen müssen die was ein bisschen aufwendiger ist wo man vielleicht ein, zwei Stunden dran sitzt bis man das hat vielleicht einige sind wahrscheinlich schneller aber so vom Prinzip und man muss das jetzt nicht im Detail nachvollziehen prinzipiell wird zuerst werden die Leitungen auf Null gesetzt und danach findet erst die Negation statt und der entscheidende Trick ist dass man am Ende alles berechnet und sich mit diesen Multiplexern wenn Sie sich erinnern an die letzten Slides wo man sich bestimmte Leitungen wählt dass man sich dann die entsprechenden Ergebnisse rauspickt mit diesen je nachdem was die entsprechenden Pins für Werte haben und das würde dann so funktionieren dass ich halt dann sechs Pins habe die hier eben genannt wurden also dieses NX und so weiter und das hier heißt das schon C1 bis C6 weil das schon nah ist an diesen Opcodes die wir dann in der Assembler-Sprache entwickelt werden aber da sollte man sich nicht irritieren lassen und die Idee ist so ich habe halt diese ALU gebaut das ist Projekt 2 mit einem Multiplexer überlege ich dann welches Register will ich oder will ich was aus dem Arbeitsspeicher je nachdem ob dieser A-Pin gesetzt ist und dieses D-Register liegt fest an der ALU an und damit habe ich schon fast einen Prozessor weil ich hier Speicher verdrahtet habe ich kann alle elementaren Berechnungen machen und was dann hier rauskommt kann ich wieder in den Speicher leiten oder in andere Register und damit kann ich schon elementare Rechenoperationen durchführen das ist so ein bisschen der Ausblick ich mache mal kurz Pause nicht dass ich jemanden abgehängt habe und das ist schon die Perspektive aber wir haben auch nur noch 10 Minuten also wir haben letztendlich hier uns angesehen dass wir so eine ALU was ja schon relativ komplexe Berechnungen kann diese arithmetisch logische Einheit die ein großer Schritt auf dem Weg zum Prozessor ist dass wir das alles mit machen können indem wir einzelne einfache Schaltungen zu komplizierteren Schaltungen zusammenbauen auch haben wir viele Sachen die man hier noch machen könnte also Parallelität oder sowas haben wir komplett übersprungen wir haben ein ganz einfaches Design und auch diese Addierer kann man noch weiter optimieren und was auch wichtig ist wir haben nur die einfachsten Operationen also sowas wie Multiplikation und Division ist schon nicht mit dabei das können wir aber später in Software lösen also man kann ja multiplizieren indem man eine Schleife addiert und analog geht das für Division mit Subtraktion und das ist halt so ein typischer Hardware Software Trade-Off also wenn ich eine einfache Hardware haben will muss ich das halt später in Software lösen wenn mich das stört dass ich das in Software lösen muss was weiß ich aus Performance Gründen dann habe ich halt das Problem dass ich hier eine komplexere Hardware haben muss da muss ich mich dann am Ende entscheiden so und die letzte Slide also es gibt hier immer so ein bisschen ein bisschen Historie dieser Leibniz Calculator also mal ein deutscher Leibniz ist glaube ich hier ein Begriff das ist der Herr da oben der hat so eine mechanische Rechenmaschine gebaut und die wird so also die funktioniert nach ähnlichen Tricks wie wir jetzt unsere Alu bauen würden die konnte zwar auch Multiplikation also die konnte nicht nur Plus und Minus sondern auch Malung geteilt und die hat das tatsächlich so gelöst dass bestimmte Addierglieder hintereinander geschaltet wurden und dann die Zahl geschiftet wurde also wenn man sich nochmal zurück erinnert das können wahrscheinlich ganz viele nicht mehr das lernt man irgendwie in der dritten Klasse schriftliche Multiplikation da vergisst es einfach weil man es nicht mehr braucht wo man dann weiß ich nicht zwei größere Zahlen dreistellige Zahlen oder zweistellige Zahlen multipliziert da funktioniert das auch so dass man für die einzelnen Einer, Zehner und Hunderter Stellen die entsprechende Multiplikation ausführt das untereinander schreibt und dann aufaddiert aber so immer versetzt und das meine ich mit Shifting und genau das wurde hier gemacht und wir hatten tatsächlich mal als Klausuraufgabe also hier zu diesem Hardware-Teil bauen Sie mal ein Multiplikations-Chip benutzen Sie Addierer und shiften Sie und dann war das ganz einfach man musste einfach ein paar Addierer bauen das richtig verkabeln und das Shiften hatte man durch das Verkabeln drin das war eigentlich eine sehr einfache Aufgabe und wir versuchen halt immer zu testen hat derjenige also in der Klausur zu testen hat derjenige das gelernt was er im Projekt lernen sollte und die ersten breiten Projekte sind halt zu lernen wie baue ich aus einfachen Schaltungen komplexere Schaltungen ja und dann hat Leibniz ganz am Ende gemerkt also später dann ja das ist ja ein Zehnersystem also das hier funktioniert ein Zehnersystem mit Dezimalzahlen das ist ja eigentlich viel viel einfacher wenn ich das mit Binärzahlen mache weil ich dann eine Zahl mit einem Schalter darstellen kann je nachdem der Schalter gesetzt ist oder nicht mit einem 0 und 1 also das war damals schon eine Erkenntnis elektronische Computer gab es noch nicht und ich sage es nochmal dazu also bitte nicht Jahreszahlen und sowas hier auswendig lernen sowas frage ich sowieso nicht ab und was dann so die die Idee war in wissenschaftlicher Literatur ein Problem war es hier was hier bei Challenge steht dass man unterschiedliche Sprachen in der Wissenschaft hatte und man gerne eine Sprache eine mathematische Universalsprache haben wollte und dieser Traum hat sich dann mit Turing und Gödel in Luft aufgelöst wer an unserem Lehrstuhl Informatik 4 theoretische Informatik hört das müssten ja eigentlich sehr viele sein dazu kommt man dann später noch das soweit die ersten beiden Projekte gehen Sie auf die Webseite laden Sie sich die Software und die entsprechenden Tools herunter und lösen Sie die beiden Projekte und geben Sie das bei Herrn Thelen an diese E-Mail-Adresse bis spätestens 7. Mai ab nächste Woche fällt es aus wir sehen uns am 8. Mai wieder und eins wollte ich Ihnen noch zeigen um Sie vielleicht ein bisschen zu motivieren das hier sind so ein paar Screenshots von von Spielen die im Projekt 9 geschrieben wurden von Studenten in den letzten Jahren also das sind Sachen die werden auf den Computer die sie später bauen auch laufen also da hat jemand einen Tetris gemacht ich glaube das Snake war von mir ein Jump'n'Run Space Invaders Tic-Tac-Toe solche Sachen wurden von den Studenten gemacht und das wird nachher während Sie komplett Nachvollziehungen haben wie dieser Computer funktioniert auf denen diese Sachen laufen also hier öffnen noch mal Jack Invaders hier konnte man irgendwie das war man konnte man sich so gegenseitig beschießen und konnte irgendwie so eine Funktion angeben das hier war so ein Weltraumspiel das war so ein Sidescroller wo man so ein Raumschiff hoch und runter durch einen Parcours fliegen lasse das war Go und ein Beispiel habe ich noch immer ist es auf der falschen Seite da hatte jemand tatsächlich Pac-Man geschrieben Tetris gab es auch das hier funktionierte so ähnlich wie mit was man von Worms kennt also konnte man sich so gegenseitig beschießen das war ein Jump'n'Run also all das geht und Sie werden nachher vollständig verstanden haben wie dieser Computer funktioniert auf denen solche Sachen laufen ich hoffe ich sehe viele von Ihnen wieder und konnte Sie heute so ein bisschen zumindest hier mit diesen letzten Beispielen motivieren und die ersten Projekte sind auch sehr einfach gibt es noch irgendwelche Fragen dann ja ich habe im Ilias ein Forum online gestellt da können Sie diskutieren es ist alles erlaubt außer das Posten von Lösungen und ich werde da das was ich heute erzählt habe mit der Klausurzulassung nochmal online stellen und wann auch welche Abgaben und so weiter sind weitere Fragen ja ich würde schauen ob es Bedarf gibt in der Regel gibt es die nicht wenn es eine Sprechstunde gibt dann würde ich die nach der Übung einrichten also so 14 Uhr das ist vielleicht ein bisschen kritisch weil da die andere Übung ist in der Regel ging das immer per E-Mail aber wenn es Bedarf gibt würde ich eine einrichten noch gibt es keine montags wäre sie aber auf jeden Fall ja genau also man geht auf diese Webseite man das mache ich jetzt mal zu man geht auf diese Webseite Nanto Tetris Org hier Elements of Computing System heißt das Buch man klickt hier auf Course ich bin jetzt nicht online deshalb kann ich es nicht zeigen und dann lädt man sich Projekt 1 und 2 runter das sind diese Dateien diese HDL Dateien die Testdateien man lädt sich die Software runter und löst die ersten beiden Projekte das ist sowas wie implementieren sie OR implementieren sie einen Halbadierer und dann gibt man halt das Hardware Beschreibungsskript von seiner Schaltung an und wenn es richtig ist bekommt man dann Feedback von dieser Software und das schickt man dann in Herrn Thelen als Lösung und alles wo wir sehen jemand hat sich damit beschäftigt also es muss nicht alles hundertprozentig richtig sein dann ist das okay ich hätte gerne von von den zwölf Projekten mindestens zehn eigentlich sollte man alle machen aber es wird dann immer diskutiert ja gibt es nicht eine Freischussregel wenn ich mal krank bin oder so deshalb sage ich direkt zehn von zwölf die als bearbeitet gelten und noch was ganz wichtiges der Herr Thelen hat so einen Zeitraum von drei Stunden für alle wenn jetzt wirklich 70 Leute abgeben dann schaut er vielleicht so eine Minute zwei Minuten drauf das heißt die richtige Korrekturenbesprechung gibt es wirklich in der Übung man bekommt dann wirklich sowas zurück wie schön oder nicht schön ja also erwarten Sie nicht dass Sie eine vollständige Korrektur bekommen wir besprechen denn die Lösung immer in den Übungen wir fangen bei den elementarsten Grundschaltungen an bei NAND Gattern also fast über der Transistorebene bauen uns dann Schritt für Schritt elementare Rechenschaltungen logische